kommst du jetzt mit nehmen hier ist die waffe streichen streichen die schmust ja richtig eine wurfmesser können wir trotzdem nicht nehmen steht zwar daran aber wahrscheinlich weil wir noch keinen keinen platz feiern mit 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 ich glaube die kann man gar nicht so mitnehmen das ist dann halt nur wenn sie will es hat sich dann hier ruhig gerne mal auf dem auto hinten drauf das wäre okay für mich was machen wir jetzt wir sind ja schon mal hier vielleicht holen wir holen sapchen würde ich sagen versuchen wir zumindest wahrscheinlich scheitern wer da dran weil wir noch nicht gut genutzt auch viele sind wenn man kurz weg alles klar ist gleich muss ja mal durch so hinten geht es ja ich habe ihn ordentlich angefangen er ist ein paar meter weit geflogen aber wir helfen ihn mal auf und dann geht es ihm wieder gut aber ja kumpel du bist mir auf das auto gelandet erzeugen machen ok und in der sitze da oben falsche seite ich muss mal dort noch einstellen dass wir eine taste haben wo wir denn wo wir dann einfach den setz weg sind können so stimmt ich wollte eigentlich bei dem spiel die kem ausmachen ich habe also so doof angespannt gucke alles klar flammenwerfer der ad von denen habe ich die schnauze voll dann ist so einer der kann ruhig das war einer von denen ja ja ich glaube ja ich kriegte tier noch nicht ganz auf drei hälfte nicht immer gleich wer gut ist wer böses ja jetzt nicht überall wirst angekürtten also hey kumpels würde ich mal gesagt haben nicht schubsen ich habe einen joghurt hinten in der ladefläche der ladefläche meine ich bin kurz im dick ok 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 ja ja das war wieder in einer den hälfte ich mitnehmen können malzeit muss ich immer durch tschuldigung 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 kann ich mir vorstellen jetzt reise ich auch noch durch dort anfangen auf die hier nehmen sie sind hier 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 sind hier nie geschossen tot ja cool so einer ist ja ja knauze ist meine ruhe wie wartet sie sind schwer bewaffnet ja laufen die verstärkung ist in jedem moment da sein verstärkung die option auch was ist da los du ein paar leute sind schon wie die dinge warte ich muss nachladen das buch wenn ich mich schießt das hat er nicht wechselt wenn man wahrscheinlich irgendwie jenen gekommen das spüren den vater nicht unbedingt das klingt doch nicht so besonders gut noch mehr das muss aber nicht ja schon okay so mach ich später au er hat gesessen ja ruhig 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 beruhig euch ok 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 sind wir da sehr schön auch schön das ist schön da da möchte ich leben ein kleines hütchen da finde ich gut macht doch Musik aus was ist denn los mit dir wir sind sind wir schon da oder wir sind da ja geh ich mal von hier ran und da bist du ja aber nicht mit Katzi checken wir müssen bereit sein für das was danach kommt wir müssen bereit sein für das neue Eben oh kennt eure aufgabe tut was getan werden muss wir schauen wo hier der Alarm ist und wenn der Augenblick schließlich kommt werden wir bereit sein und wenn der Augenblick schließlich kommt werden wir bereit sein wenn karl und der natur interessiert es nicht wer du bist oder woher du kommst ganz ruhig schalt einfach wäre ganz cool ist ein schwert ich kann mich dann den hund hinschicken viel spaß beim tele machen wie tut mein hund weh das ist gut ok jetzt sind die hier abgelenkt jetzt mal ins bein schießen und dann ist er weg das zumindest super dass ich so gut treffe und dass ich drei jahren mal daneben geschossen und abtauchen das leben klammern ja wer soll mich retten ein hund schlägt einmal übers gesicht ich habe schon fast das gefühl dass wir hier einfach viel zu früh sind dass wir hier noch gar nichts verloren haben aber ich will sapchen haben an unserer seite also ich glaube zumindest etwa die bogenschützin die wir jetzt hier dann versuchen zu retten und du guck mal da mal Fresschen was da den da fände ich nicht an wie sie das ist unser letzter kollaps dem vielleicht das was danach kommt wir müssen bereit sein für das neue ebenste und ich wollte so hä? das sind wir noch nicht? das verstehe ich nicht er kann ich gar nicht und die geht sie gut ja wahrscheinlich ich habe dich gesehen da dann wollen wir mal versuchen jetzt habt ihr nicht gehört habt ihr alles nicht gehört hier glaube ich keine gute idee darunter ne guck mal da Fresschen verstehe ich nicht das explodiert nicht ne ok die haben mich schon entdeckt haben wir schon einen Arm ausgelöst die Verstärkung müsste in hinten momentan da sein die Verstärkung kommt auch gleich dann nehmen wir mal hier rüber erstmal die Verstärkung kommt über die Straße mein Hund liegt muss ich auch noch in einer bestimmten Zeit retten ne ja ansonsten ist der hinüber ich bin hier ja das möchte ich ja das hat euch gut geschmeckt kurz heilen kurz heilen kann wir aber nicht ne ne wir haben nichts au was ist das und wie er fast tot scheiße warte ich muss nachladen ich bin hier an der echt doofen Stelle mein Hund liegt schon wieder wenn ich den jetzt nicht retten kann und den dadurch verliere also für immer verliere hat es dick aus und nehme ich niemanden mehr mit auf jeden fall bin ich schon mal drin zeig dir gleich mal wo du bringen wirst warte ich muss nachladen warte 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 ich muss nachladen auf damit ich bin dass mich das dünne holz schützt die gute ist auf jeden fall sammeln wir hier ein bisschen wird ich hoffe wir können und wieder zurückholen wird wir echt mies wenn nicht da wie viel die aushalten wenn sie nicht mitnehmen ja der hund rettet dich ja ja mich aber wenn er in sterben liegt du kannst den hund zurückkommt okay okay super jetzt müssen wir ein bisschen sie brauchen wir nicht es war ein bisschen vorsichtig vorgehen ich hätte nicht viel aus jemand für schwerbewachend ist der niemand braucht hilfe das wäre es da waren auch noch welche ich bin verwirrt ich bin verwirrt aber gut okay ja da ist er aggjess alias ab schön wo ist er denn du hast ein echt großes herz ganz kaum fassen dass diese wichse dort gefangene gehalten haben die nur auf ihre indoktrinierung gewartet haben danke dass du jess daraus geholt hast ja 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 nun meckern man nicht das ist das ab ich brauche deine hilfe ist wichtig du brauchst meine hilfe ich habe dich gerettet also komme ich gleich zur sache ich war einem von jacobs fanatikern auf der spur nennt sich der koch klingt nicht so gefährlich was aber glaubt das ist ein kranker typ wollte gerade sagen vielleicht koch der menschen aber eine patrouille hat es auf mich abgesehen ich brauche deine hilfe diese spur darf nicht kalt werden wenn du dich den white tails anschließen willst ist das deine chance und viel wichtiger du hilfst dabei ein übles arsch auch unter die erde zu bringen schon zu viel zeit verschwendet mir nach warte mal ganz kurz ganz kurz schaltet schalte waffen sind dem vorteil zu dann kann ich aber nicht einfach so wählen werkzeug und waffen kann ich ja okay okay ja 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 ich gehe schon ich gehe schon wenn die npcs rennen aber langsamer sind dazu beim laufen die verdammte sekte kalt sich jeden die zerren dich aus deinem haus der bar sogar aus der kirche denen ist egal wo du bist sie stecken dich in eine von zwei schubladen schwach und stark jacob baut sich eine armee auf und jeder der nicht für ihn kämpfen kann oder will ist so gut wie tot die herde aus dünnen länder saß massen hinrichtung unschuldiger alle dachten das wäre nicht wahr weil es keiner glauben wollte ich hab mich doch schon in einer gesehen oder